ja freunde wir befinden uns hier vor dem woodlands in der nacklua rot in pataya sprich nacklua heute ist der 9 september 2022 und ich möchte hier mal wieder starten was für unseren kleinen youtube-kanal zu fertigen ein kleines hotel review nacklua rot hat sich ja dahingehend verändert dass hier diverse hotelanlagen wie das garden welches sie gleich daneben war zurückgebaut wurden hier entstand dann das space hotel welches entsprechend dort jetzt auf diesem gelände steht seit etwa einem monat geöffnet auf der anderen seite sehen wir die nächsten hotel tower welcher von einem thailändischen banken konsortium hier finanziert wurde gegenwärtiges baustellstand aufgrund von finanzierungs schwierigkeiten ja und wie mir berichtet wurde soll dieser ganze bereich zwischen der zeit 33 und der hinteren einfach zum peace resort beziehungsweise zum best supermarkt dort auch noch zurückgebaut werden ja was dann dort gebaut wird keine ahnung wir gehen mal ins woodlands rein das ist das woodlands resort hier nicht zu verwechseln mit dem woodlands suites das ist in der 20 die dahinter läuft dann ist dort der zugang ja ansonsten das la baguette französische bakery immer gut besucht top feine küchlein und speisen ja wir gehen mal rein wir sind hier den rezeptionsbereich alles offen freundlich gehalten alles sauber hier hinten schön begrünt mit einem kleinen koi karpfen teig ich weiß nicht ob man es jetzt sieht aufgrund der wechselnden lichtverhältnisse hier jo hat was entspannt hier zu sitzen einfach nur jo und da bin ich wieder am bild wie es gerade im zimmer hier im bootland resort rechtzeitig ist der frühstücksraum da werden wir später noch zu kommen gegenwärtig werden hier auch die frühstücks gäste das woodland suites beköstigt weil es sich aufgrund der geringen anzahl an gästen derzeit nicht lohnt hier separaten dort was zu machen ja und das ist hier die pool anlage mit pool bar dort hinten ja ja wir suchen uns jetzt noch mal ein schattiges plätzchen hier noch mal ein blick von der anderen seite hier unter uns die pool bar pool von dieser seite her sauber ja alles ok ausreichend liegen hier vorhanden hier drüben spa bereich ja dann lasst uns noch mal weiterschauen hier noch mal einen anderen pool bereich für kinder angelegt ja soweit so gut das machen doch so ja jetzt ich el Untertitelung des ZDF, 2019 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020